Vergeisterung macht sich breit. Alter, sind übers der Gang hier. Huh! Hallo. Au, ich brenne. Na ja, ich brennen kann mich nicht. Alter Verwalter. Das sind einige. Ist doch ein Witz. Meinen sind jetzt übelstweit weg. Hallo. Ey, schieß dich ja nicht zu mir. Hallo. Lass mich einfach hier vorkommen und dann töten wir die um die Ecke. Oh, Mist. Der kann nicht um die Ecke abschießen. Oh, Alter. Vielleicht ist das die Wasserflasche ins Inventar tun. Oh, ist im Grammar 2 gespawnt bei mir. Klar. Ja, ist halt ein Spawner. Alter. Ja, ich weiß. So, genug getankt. Äh... Ein goldenes Schwert, ein Goldnugget, vier Lohnrouten hab ich jetzt. Ich hab zwei Routen... Schnelligkeitstränke mit, aber die hab ich natürlich nicht benutzt. Zwei Magma-Creme, zwei Goldnuggets. Ihr trefft mich nicht, ihr trefft mich nicht. Buh! Biu! Biu! Biu, 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 biu. Ey! Ich bin Commander. Alter! Was denn? Du hast voll auf mich drauf geschossen, das eine Teil. Ey, das ist ein Knockback-Schwert, was soll ich denn machen? Besser zielen! Besser zielen, Mama! Ich kann erst mal wieder ne Runde. Ah, genau da hinten in der Ecke ist eins. Hm. Gut. Gut, das musst du Diamant-Rüstung gemacht haben. Ne, ich hab ja noch keine. Aber brennen, brennen hilft dir nichts. Ne, okay. Aber ich krieg noch nicht so viel, also viel Schaden krieg ich nicht. Ja, meiner geht schon. Ah, die wird aber abgenutzt. Das ist scheiße, weil die mich immer mal treffen, glaub ich, ne? Ja, ja. Wenn die nicht treffen, dann machen die Initial-Schaden. Hallo, Spawner! Willst du heute nicht, oder was? Kann man denn eigentlich ein Packung mitnehmen? Äh, das haben wir, glaub ich, letztes Mal versucht. Ah, ja. Sonderlich dabei gefehlt. Ja. Cool. Wie war's denn jetzt, sag mal? Ich hab jetzt 5 Lohnruten. Ich hab immer noch 2. Ah, sag mal 7. Wie viel brauchen wir denn davon? Naja, mit 7 können wir 14 Ende-Ougen herstellen. Ich glaub, so viel brauchen wir gar nicht. Ich weiß ja nicht, das Ding, wenn du das Pfeil nimmst, fliegt es ja in die Richtung weg. Dann ist das Ding aber weg, oder? Ja, ja. Oder fällt es zu Boden und man kann es wieder benutzen. Nee, glaub ich nicht, nee. Wir fragen sich, wie viel brauchen wir dann davon? Dann haben wir lieber noch ein paar Farben, ne? Ja. Sicher ist sicher. Sag ich mal, bis mal so... Keine Ahnung. Ich glaub, der ist jetzt auch hochgefallen, oder? Ja, der kommt nicht hier runter. Aus dem geben die auch gute Erfahrung. Ja, das stimmt, genau. Die spawnen irgendwie zu langsam. Ich bin Level 20. Die spawnen zu langsam. Oh, mehr. Mehr. Was sind welche? Ja. Mach mal zu, damit wir nicht runterfahren können. Hinter dir. Genau. Au. Au. Da ist Feuer. Au. Wir können ja immer oben mal zu machen, weißt du das? Ach, Licht. Spawnen wir auch bei Licht? Ne, im Ende ist nirgendwo Licht. Aber hier muss man keine Lichtquellen setzen. Heißt aber auch, ich kann das hier oben zu machen und die können nicht nach oben abhauen. Oh ja. Ja. Ja, da kommt es, glaub ich, die spawnen durch. Kennen wir. Da ist auch ein Glacefort draus. Äh, fünf hab ich jetzt. Ich hab ein komplett goldenes Schwert von einem besser Zombie-Pigman bekommen. Ja. Was will ich da mit? In dem liegt noch einer. Aua. Aua. Vogel. Es ist nur eins gespawnt. Es wird doch nicht so gut, das Licht hinzusetzen. Mal beobachten. Spawn und haut mich. Arsch. Ist aber schon wieder nur eins gekommen. Ja, ich baue mir hier das Licht wieder ab. Kann passieren. Komm. Komm. Wie wärst du jetzt? Ich habe... Fünf. Ich hab sechs. Hier mal 15 sind genug, da haben wir dann 30 von diesem Blaze-Powder. Ja. So viele Ender-Typen müssen wir haben. Ich hoffe, die ganze Zeit ein Ghast, da ist auch nur einer gespawnt gerade. Vielleicht darf man nicht in der Nähe sein. Nicht so ganz in der Nähe. Wer weiß. Ah, hier ist noch ein Ende-Geländer. Ja, hier vorne geht's auch noch weiter. Da ist auch ein Blaze. Wo? Hier, weil... Machen wir weg. Nö, ich hab da keinen Bock hinzulaufen. Machen wir weg. Nö, ich hab da keinen Bock hinzulaufen. Alter, der hat mich getroffen. Ist klar. Wieso spawnen jetzt? Gehen immer bei dem blöden Spawner. Oh, jetzt sind wir zwei da. Äh, immer noch sechs. Welche auch? Zwölf, okay. Mal unten in die Quick Bar ziehen, da seh ich's immer sofort. Ja, das ist natürlich ein Argument. Und der Typ hier ist dieser andere Ghast. Quatsch Ghast. Oh, ein Lavasee ohnegleichen, ey. Leckt mich am Arsch. Nicht schlecht. Dum 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 dum. Spawns, meine Kleinen. Spawns. Spawn, Baby, spawn. Sieben. Ich hab das Gefühl, die spawnen immer genau in dem Moment, wo ich den Rücken zukehre. Ich guck's ihm mal nicht an. Ja, ich probier's. Ne. Acht. Noch einen, ne? One more. One more to go. Aber wir haben immer nur noch vier von diesen Enderperlen, die ich übrigens auch dabei habe. Oh, ich sollte nicht sterben. Du hast auch die Diamantrüstung insofern. Ja. Ich bin eigentlich prädestiniert, jetzt in die Lava zu fallen, finde ich, finde ich. Bei Terraria wäre das kein Problem. Könnte ich alles noch holen. Aber hier ist doof. Da. Neun. Alles klar. Können gehen. Au, wie nach Hause. Oder mal noch kurz was. Oh, jetzt sieht mir hier aus richtig. Ja, ja, sind wir. Ach, wir müssen da runter, ne? Hier ist auch noch ein Blaze. Oh, hier ist auch noch ein Blaze bei mir. Alter. Ach, Scheiße. Sehr schön. Oh, irgendwas hab ich von dem gebrobt. Kohle. Ich hab grad kein Leben mehr übrigens. Ja, weil der dich getroffen hat. Aber ich weiß, der hat mich mit diesem Writher-Effekt getroffen. Hast du was zu essen? Ja, ja, ich hab volles Essen. Äh, ne. Nach oben ist, glaub ich, falsch Richtung. Ne. Wir müssen hier lang. Ja. Oh, halt. Ging's hier lang? Quick! Ah, ne, ist mal falsch. Hier lang. Vertrau dir mal, dass du noch weißt, wo's angehen? Ne, nicht mehr so richtig. Sieht nicht danach aus. Ja, doch, das ist ja... Ist schon so recht. Ja. Hier geht's lang. So, aber nicht der richtige Weg dafür. Doch, vertrau mir. Ja, ich weiß schon, dass es hier raus ging, aber... Ich bin draußen. Das war der richtige Weg. Vertrau mir einfach. Hinter mir? Was? Ja, ich bin hinter dir. Ja, ist klar. Achso, Potion, warte mal. Äh, hier, Junge. Hast du eine? Nee. Oh, alles muss man mitbringen. Ich hab ne Wasserflasche. Alles muss man mitbringen. Ich hab deine gegeben. Ja, ja. Zack. Gib Kette! Junge! Mache Licht ans Fahrrad. Wie der Sack so sagen würde. Nö? Nö? So, Nulles kommen wir hier nicht hoch. Doch, doch. Man muss hier ein Stückchen weiter rechts lang. Ach, da runterfallen darfst du? Ja, so etwa. Wieso brennt hier nur alles? Weil irgendjemand Spaß hatte. Was das für eine Stromrechnung kostet? Ey, der leckt mich am Arsch. Ja. Ja. Sieht aber auch nicht wirklich korrekt aus hier, ne? Mh, Kacke! So, wo war jetzt unser Ausgang? Böse ich nicht. Hui! Ich geh einfach mal hier lang. Ja, das sieht richtig aus. Ey, wir haben jetzt schon den dritten Gang gegraben mittlerweile, echt. Ja, das ist richtig hier. Hier ist der Eingang eigentlich gewesen. Und, tschaui! Wollten wir nicht außen die Teile mal weg machen? Da kommen auch keine mal durch. Also, braucht zumindest keine mal hier. Okay. Ja. Oh, da ist hier ja alles fertig. Fast alles. Ja, da war's nicht. Ja, ja. Wir haben genug in hier, da war's nicht abbauen. Batsch. Brauchst du nicht. Ja, da war's nicht. Was? Nein, nie genug. Ach, komm ey. Unfalls verkaufen wir sie an NPCs. Sinnlos. Haufen Schwarzpuff hab ich auch noch. Spinnenaugen, Samen kommen nicht hier rein. Fackeln, naja. Okay. Ob deine Melonen schon reif sind? Ich gucke mal. Ja, das ist die Frage, ob die überhaupt... Alter, mit Speed. Oh, wei. Äh, nein. Alter. Was? Das war nicht schlecht gerade, naja. Über das Ding mit dieser Speed Potion drüber. Ja. Von dir. Das ist ein bisschen übel gewesen. Nicht übel sprach dort übel. Okay, dann mach ich mal, äh, Lohnstaub aus dem Lohnruten. Da kann man nichts anderes draus machen, ne? Aus, aus den Lohnruten, aus dem Blazing Lohn. Äh, daraus kannst du die Brewing Stents machen. Ach so, also nicht alles in diesen Staub machen, meinst du? Ja. Ich mach mal nicht alles in den Staub. Wieso hab ich eigentlich zwölf jetzt? Hast du mir welche gegeben? Ja. Okay, alles klar. So. Auge und Staub ist ein Enderauge. Soll ich jetzt unsere vier Enderperlen zu Ende Augen machen? Ah, komm. Alles klar. Dann aufs Dach stellen, mal gucken, in welche Richtung wir müssen. Ne, nicht aufs Dach. Das muss höher wahrscheinlich sein. So. Hab ich noch genug Essen? Ja, hab ich. Äh... Ne, es muss eigentlich nur so hoch sein, dass es nicht irgendwo dagegen fliegt. Ach so, na dann ist unser Dach doch in Ordnung. Ja. Oder auch hier so ein Baum. Hier, wo ich bin. André? Warte mal, ich will erstmal meine Kohle ablegen. Ich hab nämlich einen Haufen Kohle. Hier will ich jetzt nicht unbedingt alles mitnehmen. Genau. Das ist besser. Da, wo du bist, sagst du. Na. Die Swiftness Potion hält ja auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Wenn wir irgendwann mal ein Jumping Puzzle machen, ich wäre so failen. So. Einfach nach draußen werfen, Einer. Ja. Ja. Du guckst am besten in die andere Richtung als ich. Okay. Ich guck jetzt nach da. Ja. Du guckst quasi Richtung da drüben. Ja. Ist klar. Ich drücke Q. Ja. Du musst rechtsklicken machen. Ach so. Ja. Werfen die. Was weiß ich denn das Auge. Keine Ahnung. Du musst Q machen, Mama. Warte. Scheiße. Äh. So. Okay. Ich drücke jetzt rechts drauf, ja? Ja. Fertig. In 3, 2, 1, go. Da lang. Ich habe sie nicht gesehen. Da lang. Und da ist sie weg. Plupp. Okay. Also genau Richtung Form, ja? Ja. So ein bisschen schräg halt, ne? So ein bisschen mehr Richtung Wasser, ne? Habe ich das Gefühl. Also müssen wir uns Boote bauen als nächstes. Ja, aus Holz, ne? Ja. Na dann mal los. Hast du noch Holz? Du hast davon geformt. Äh, ich habe glaube ich welches in die Truhe getan. Okay. Ich brauche 10 Holz. Ach so, ja, hier, ja, ja, ja. Okay, äh, wie mache ich die? Ähm, wie ein U. Deines. Alles klar, alles klar. Wie viele Boote brauchen wir zwei, ne? Ja. Zwei Boote. Holz wieder hier rein. Hm? Was war das jetzt? Hast du das? Das hast du fallen gelassen, ne? Ja. Okay, das verrottende Fleisch, ey. Was will ich denn damit? Okay, ich habe noch einen Spender hier drin. Alter, ey. Egal. So, na dann, äh, ich habe zwei Boote. Hier ist dein Boot. Ich habe es vor die Tür geworfen. Ja. Das sieht ja schick aus in dem Text schon weg. Alter, hier ist ein Skelett. Ja. Ja. Schieß halt zu mir. Ich habe es runtergeworfen. Ja, das wollte ich noch machen. Will ich fackeln mit? Hüpf. Ah ne, ich habe selber welche. Ich will runtergelebt das noch. Arme noch beleuchten. Ich sitze das noch mal an meinem Boot. Yay, ich fahre mit deinem Boot. So, denke ich. Oh, das... Das Skelett ist unter mir. Es beschießt mich. Nee, es ist nicht unter dir. Es ist da drüben. Es ist vor mir. Vor dir. Ha! Aus dem Boot. Harr, harr. Los geht's. Bist du da? Ja. Ich fahre schon mal voraus. Die Frage ist, in welchem Abstand wir sozusagen dann das zweite Auge werfen. Davon auf der Insel schon, oder? Nee, nee, nee. Es muss schon ein gutes Scheiß sein. Okay. Wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil ins Wasser geworfen. Kann man auch sprinten mit dem Boot? Oh, man kann auch sprinten mit dem Boot. Cool. Nee, das macht nichts. Ich werde nur Wege drückt halten. Kommst du auf maximale Geschwindigkeit, ja. Maximal Geschwindigkeit. Guck mal, hier ist nämlich jetzt hier so eine kleine Insel. Hätte ich jetzt geworfen. Aber wenn du sagst, nö, dann nicht. Kannst du auch auf dem Wasser werfen, glaube ich. Meinst du? Mein ich. Soll ich mal machen hier, oder so? Weil jetzt sind wir schon ganz schön weit entfernt. Obwohl, es sind bestimmt 300, 400 Blöcke jetzt entfernt von unserer Position. Soll ich nochmal? Ja, mach mal. Alles klar. Ich gucke nach vorne. Ja, ja. Wo bist du? Du guckst nach hinten. Ich gehe jetzt nach hinten, wo du hinlufst. Okay. Drei, zwei, eins, go. Noch weiter. Ha! Bist du unten gefallen. Ich habe sie aufgesammelt. Cool. Ich habe genau drunter manövriert. Ich möchte jetzt einen toll hören. Ja, nicht schlecht. Was ist denn diese flache Atolle hier? Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Achso. Ich soll ja nicht singen. Oh, ich habe ein Seerosenblatt aufgesammelt. Ja, wir mussten drüber fahren, dann sammeln sie auf. So, hier ist aber irgendwie immer noch kein Gelände, wo man jetzt sagen kann, boah. Hier ist es. Also auch keine größere Insel oder sowas, ne? Nee, das kann dreiß Blöcke unter Oberfläche sein. Im Wasser. Ehrlich? Ja, ja, klar. Hier fängt Wüste an. Was ist denn das da drüben? Da ist nichts. Da ist eine Spinne. Du sollst nicht zu schnell aufs Uf zu fahren. Kann ich auch aussteigen. Bleibt das Boot an deiner Stelle dann? Ja, rechts weg. Die Spinne kommt auf dich zu.